Ich begrüße Sie recht herzlich. Man muss sich heutzutage selber den Applaus geben. Genau, Quiz der Olympzeit. Für Sie zu Hause die Chance, ein tolles Quiz zu sehen, selber mitzumachen, aber eben auch die Chance, ein bisschen hinter die Plexiglasscheiben zu schauen. Wobei, heute haben wir gar keine, denn die beiden sind im realen Leben ein Paar, dürfen deshalb nebeneinander stehen, dürfen sich anfassen. Es ist alles erlaubt. Eine Lizenz zum Knutschen. Herzlich willkommen, Jan-Josef Liefers. Wir sprechen gleich, schauen erst noch einmal hoch zum Olymp. Ihr dürftet euch eigentlich auch anfassen, weil ihr ja immer, wie ich so schön sage, in einer Quiz-WG zusammenlebt. Herzlich willkommen, Marie-Louise Fink. Hallo. Der Mann aus Münster, wie man auf dem Jackett erkennen kann, in unser Professor-Quiz, Prof. Dr. Eckhard Freisel. Dankeschön. Und der Mann, der sich immer noch ärgern kann, wenn er mal etwas nicht weiß, unser Quiz-Ass. Herzlich willkommen, Thorsten Zierke. Hallo. 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 Das hat ein paar Jahre gedauert, bis wir den bestimmen konnten. Wer ist denn jetzt der Wortführer? Wir haben uns immer noch nicht geeinigt, meiner Meinung nach. Sehr schön. Also, wir haben ja über den Lockdown eben schon gesprochen. Für euch war das ja auch ein großes Thema. Aber ihr wart zusammen. Deshalb habt ihr die Zeit einigermaßen für euch vernünftig überstehen können. Am irritierendsten Mal für unsere Kinder und für die Hunde. Plötzlich sind die immer da. Ja. Und wir sind jetzt auch kurz davor Tischtennis-Profis zu werden. Ja, das stimmt. Also, ich freue mich auf das, was jetzt gleich passiert. Aber erst einmal dürft ihr da oben aktiv werden. Ihr dürft nämlich wählen aus drei Kategorien. Essen und Trinken, Körper und Geist und TV-Serie. Wir haben Marie-Luise, die hat sich entschieden für Essen und Trinken. Eckart hat genommen Körper und Geist und Thorsten ebenfalls Körper und Geist. Der Professor? Wenn es jetzt nicht ihr wäre, würde ich auch Körper und Geist nehmen, weil da würde ich denken, dass ich eigentlich ganz gut lege. Aber es seid ihr ja nun die Spezialisten. Ist das schlau? Oder sollen wir lieber Essen und Trinken machen? Da kennen wir uns beide nicht aus. Okay, gut. Was? Ja, mach. Ja, finde ich gut. Essen und Trinken, oder? Wir spielen natürlich gegen die Dame. Ladies first. Ladies first. Aber Essen und Trinken, muss man sagen, ist so eine Kategorie, dass du sie gewählt hast, freut mich erst mal. Ich habe immer das Gefühl, andere Leute lesen Kochbücher. Du kommst ja her, um hier was über das Essen und Trinken zu erfahren. Ja, ein bisschen. Das verletzt mich in der Nationalshow als Saarländerin, ne? Weil für uns ist Essen und Trinken ja heilig. Oh ja. Dass man Essen und Trinken kann, heißt ja noch lange nicht, dass man kochen kann. Wobei es ist ja besser geworden über die Jahre, wie wir ja schon gehört haben. Des öfteren. Also, wir spielen Essen und Trinken. Erste Frage, die da heißt. Wie heißt ein sahniges Dessert aus Himbeeren und Baiserstückchen? Ist das Schneegestöber, Nebelfront, Laubfall oder Hitzewelle? Ihr dürft laut reden, Sie anschauen. Schneegestöber. Ja. Würde ich sofort auch sagen. Als andere macht keinen Sinn. Ja, glaube ich auch. Man kriegt vielleicht eine Hitzewelle hinterher, wenn man es gegessen hat. Aber ihr wollt was nehmen? Ihr dürft es? Ach so. Schneegestöber? Ja. Okay. Du hast es auch genommen, ne? Genau. Kannst du es auch zubereiten? Naja, man bereitet eben Baiser zu, also aus Eischnee und Zucker, backt es dann eben, bereitet dann eben diese Sahnecreme auf, zerhackt dann das Baiser und mischt es unter. Ich sage nie wieder, ich sage nie wieder, dass du nicht kochen oder backen kannst. Alles ist dazu gesagt, das ist richtig. Baiserstücke mit Himbeeren, schön sahnig, viele Kalorien, aber durchaus sehr lecker. Zweite Frage, Essen und Trinken, lautet. Das traditionelle Jägerschnitzel in der DDR bestand aus frittierten Bockwürstchen, panierten Jagdwurstscheiben, gebratener Geflügelsülze oder mariniertem Salamiwürfel. Du warst schnell. Wie aus dem Saarland? Das kann doch gar nicht sein. Aus dem Saarland kann man das gar nicht wissen. Das ist unmöglich. Wenn es hier zwei gibt, die das aus der Pistole geschossen, dann antworten können. Oder ist es Quizwissen oder was? Nein, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und da geht jede Klassenfahrt nach Brandenburg. Auf jeden Fall. Meine Heimat. Also dann, oder? Ja, geht sein. Also auf dem Papier als Außenstehender klingt es jetzt nicht so lecker. Weißt du, wie es das meistens gab? Also das gab es nie alleine natürlich. Das gab es immer auf so Nudeln, Spirelli hießen die, so gedrehte Nudeln, klassisches Schulessen. Dicke Nudeln. Und so lange gekocht, dass die eigentlich kaum noch ihre Form behalten haben. Ja, genau. Und drüber so eine Tomatensauce aus mehr oder weniger gestrecktem Ketchup. Also ich kann nur sagen, ich habe das geliebt und ich habe mal unseren Kindern gesagt, ich muss euch das machen. Das ist einfach so lecker und die haben es überhaupt nicht gegessen. Ich habe es einmal versucht und dann nie wieder. Okay. Also die panierte Jagdwurstscheibe habt es zugenommen, habt ihr genommen. Alles dazu ist gesagt. Alles ist richtig. Punkt für beide. Sehr gut. Letzte Frage. Essen und Trinken. Die da lautet. Was gehört in einen klassischen Kiel Royal? Champagner, Cognac, Rotwein oder Soda? Sie ist immer so schnell mit dem Einloggen. Wisst ihr es? Ja, ich würde es schon denken, ja. Ja, ich habe keine Ahnung über sowas. Ich muss sofort an den Helmut denken. Ja. Wer ist Helmut? Helmut Dietl. Ach so. Lebt leider nicht mehr. Ein großartiger Regisseur. Hat eine tolle Serie gedreht namens Kiel Royal und hat, wusste auf jeden Fall auch, wie der geht. Also willst du draufdrücken? Mach du. Okay. Champagner habt ihr gewählt. Champagner hast du gewählt? Ja, Creme de Cassis, glaube ich. Aufgegossen mit Champagner. Magst du sowas? Eigentlich eher nicht. Bier, ne? Eigentlich lieber Farbloses, ja. Oder Bier. Was Klares, was Farbloses gerne. So ein Korn oder so ein Köln. Ganz handfest, das ist super. Also, das ist alles richtig, was ihr gesagt habt. Stimmt, Kiel Royal, 3 zu 3, alles richtig beantwortet. So, jetzt wählt ihr die Kategorien, die zunächst Marie-Louise beantworten darf, bevor ihr dran seid. Und zwar Mode, Kinofilme und Macht und Geld. Mode können wir nicht wählen, das sehe ich jetzt schon. Und dass das eine ganz schlechte Idee ist bei Ihnen. Und Macht und Geld. Macht und Geld spielt bei uns keine Rolle. Ich glaube, Macht und Geld haben wir auch keine guten Chancen, ehrlich gesagt. Komm, dann müssen wir einfach Kinofilme nehmen. Dann müsst ihr Kinofilme nehmen. Wollen wir es einfach wagen? Ja, wir wagen das. Komm, schack. Gut. Ist nicht unsere stärkste Kategorie. Ich lese vor. Lola rennt. Ach. Im gleichnamigen Kinofilm von Tom Tickfer. Um ein Konzertticket zu ergattern, Geld zu beschaffen, ihren Bruder zu treffen oder einen Zug zu erreichen. Sie hat schon wieder eingeloggt. Das ist eine Weile her. Ach, das ist eine Weile her. Franka Potente und Tom Tickfer. Es war doch, um Geld zu beschaffen. Ich glaube, ich glaube. Ganz kurz. Also du sagst, um Geld zu beschaffen. Und was sagst du? Ja, also Konzertticket. Ich glaube, dass sie ihren Bruder treffen musste. Dass sie sich beeilen musste, um ihren Bruder zu ... Es ist jetzt sehr interessant zu beobachten. Weil, das kann ich ja sagen, ihr tendiert zwischen zwei Antworten. Eine davon ist richtig. Ja. Ja. Wer setzt sich jetzt durch? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, Geld zu beschaffen, weil ich meine, dass es um Geld ging für etwas. Aber es ist ... Ich sehe sie immer noch telefonieren und ich sehe, dass sie einen Druck hatte. Ich sage, sie muss ihren Bruder. Das sage ich. Wie sicher bist du denn mit dem Geld? Gar nicht. Ich bin null sicher. Ich weiß nur, dass sie immer mit rotem Haarschopf gerannt ist. Ich bin ein bisschen sicherer als gar nicht bin ich mit dem Bruder. Sollen wir es dann nehmen? Damit wir noch vor morgen fertig sind. Also du hast ja jetzt eindeutig zu verstehen gegeben, dass du sicherer bist. Ja, hat er eindeutig gesagt. Gib doch dem Bruder ein. Ja, etwas sicherer als null. Dann bist du halt schuld, wenn wir verlieren. Ich bin etwas sicherer als gar nicht sicher. Ja, ich bin nicht sicher. Ah! Okay. Jetzt wird es deshalb noch dramatischer förmlich, weil du hast sofort genommen Geld zu beschaffen. Ja, ich habe aber auch zwischen den beiden geschwankt. Also es geht darum, dass sie irgendjemand in ihrem näheren Umfeld hat, der sich irgendwie mit den falschen Leuten verscherzt hat. Und sie muss jetzt... Das ist ja Bruder. Genau, Geld beschaffen. Und ich weiß aber nicht, ob sie jetzt ihren Bruder da irgendwie rausholen musste. Also erst einmal wäre sie ihrem Bruder sehr, sehr nahe gekommen, weil es war ihr Freund Manni. So. Und ihr Freund Manni? Brauchte Manni. Der Freund Manni hat 100.000 D-Mark in der U-Bahn liegen gelassen und sie hatte gerade noch 20 Minuten Zeit, um das Geld zu beschaffen. Und deshalb rannte sie los. Aber auch, um ihn danach zu treffen. Dem Bruder, den sie nicht hatte. Eigentlich dem Bruder, der der Freund Manni war. Macht nix. Wir schaffen das auch mit... Jetzt sind es nur noch 17 Fragen, ne? Die möglichen. Egal. Dafür lässt du sie mit dem Tisch dann das Gewinn nächstes Mal. Das fällt mir schwer. Gut. Also Kinofilm die zweite. Ach, ich wusste, das ist eine Scheiß-Kategorie. Nee. In den Verfilmungen welches Romans spielt 1974 Robert Redford und 2013 Leonardo DiCaprio die Titelrolle? Der Graf von Monte Cristo? Der talentierte Mr. Ripley? Der große Gatsby? Oder der Fänger im Roggen? Ja. Ihr dürft. Na? Ihr dürft doch laut. Ähm, hätte ich jetzt auch getippt. Hey. Oh. Dann machen wir es doch mal wenigstens. Wir sind nicht sicher, aber wir tippen jetzt mal weiter. Der große Gatsby. Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, war ein toller Film. Ich fand es ganz interessant gemacht, dass es irgendwie so in eine andere Zeit versetzt wurde und dann aber moderne Musik unterlegt wurde. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Leonardo DiCaprio konnte nur der große Gatsby sein, weil die anderen aus einer ganz anderen Zeit sind. Gut. Schön. Punkt für beide. Ist richtig. Jawohl. Ein Kinofilm, einer haben wir noch. Wann treffen sich Harry und Sally im gleichnamigen Kultfilm das erste Mal? Am ersten Tag im Kindergarten, beim Nachsitzen in der Schule, nach Abschluss am College oder an Harrys 30. Geburtstag? Das erste Mal. Ja. Wann treffen sich Harry und Sally? Das ist doch der Film, wo die sagt, ich will das, was die da hatte. Das erste Mal. Das, was die da hatte. Ach, das ist diese eine Szene. aus Harry und Sally. Und das ist dieser wahnsinnig romantische Film, als Mc Ryan noch schön aussah. Als man sie noch erkannte, meinst du? Richtig. Verdammt. Also, dass man auf keinen Fall Harrys Geburtstag, das können wir streichen, weil es viel zu spät. Gut. Harrys Geburtstag ist spät. Nach Abschluss am College wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, am ersten Tag im Kindergarten ist auch Quatsch. Können wir auch streichen. Wirklich? Beim Nachsitzen in der Schule, glaube ich, kann auch weg. Ich würde tippen nach Abschluss am College, weil ich glaube, das war ihr erstes romantisches Essen nach dem Abschluss beim College. Das heißt aber nicht, dass Sie sich zum ersten Mal getroffen haben. Nein, natürlich nicht, aber Sie haben sich füreinander entschieden und sind romantisch miteinander essen gegangen. Aber dann müssten Sie sich ja vorher schon mal getroffen haben. Die Frage steht ja jetzt hier, wann treffen sich? Wann treffen sich das erste Mal? Oder gab es da Szenen, wo es andere gespielt haben? Also, Kindergarten-Kinder schließe ich aus, die habe ich in dem Film nicht gesehen. Beim Nachsitzen in der Schule hätten sie es eigentlich auch nicht mehr spielen können, weil da waren sie auch damals schon zu alt. Also, kann es nur der 30. Geburtstag sein, was Quatsch ist, weil das können dieselben Schauspieler spielen. Also, mit ein bisschen auf Jung getrimmt und in anderen Klamotten und einer anderen Frisur könnte es nach dem Abschluss am College sein. Ganz logisch gedacht, ja. Was ist der Punkt, wo man als Mann dann auch mal schweigt? Also, Mathe-Leistungskurs. Logisches Denken. Und ich, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag euch beide wahnsinnig. Deshalb, es soll ja auch nach der Sendung noch richtig schön sein. Nach Lola rennt würde ich jetzt einfach mal... Ich weiß nicht, was würdest du denn sagen? Anna, du drückst. Anna drückt. Anna recht. Lola rennt, Anna drückt. Okay. Du hast genommen beim Nachsitzen in der Schule. Ja, ich meine, dass sie sich dann wieder treffen im alteren Alter, aber ich bin mir nicht sicher. Und deshalb habe ich zwischen den ersten beiden geschwankt und ich glaube, ich habe dann die Abbiegung zum Breakfast Club genommen mit dem Nachsitzen in der Schule. Das war wahrscheinlich der Fehler. Also, richtig ist, dass diese Romantik der beiden sehr viel früher beginnen können. Und zwar tatsächlich nach... Als Fahrgemeinschaft auf dem Weg nach New York, weil sie sich direkt nach dem Abschluss auf dem College zusammengetan haben und gemeinsam nach New York gefahren sind. Deshalb haben wir Punkt Gleichstand. Punkt für Jan-Josef und für Anna. 5 zu 5. Sind wir durch? Wir sind Kino durch. Abhaken. Okay. Ihr dürft noch die beiden Herren wählen. Drei Kategorien jeweils. Oh, jetzt, jetzt. Die 90er Kunst und Kultur und Deutschland. Eckart entscheidet sich für Kunst und Kultur. Und Thorsten für die 90er. Die 90er. Also Kunst und Kultur oder 90er? Ja, sag du. Kunst und Kultur würde ich machen. Würdest du? Ja. Die 90er ist doch deine... Ja, trotzdem. Ich würde mich aus Intuition auf Kunst und Kultur... Oder? Mach du, was du willst. Okay. Was soll man da noch machen, was man will? Mach du, was ich will, bitte. Mach doch, was ich will. Mach doch, was ich will. Mach, was du willst. Okay. Kunst und Kultur. Ja, gut. Kunst und Kultur. Viel zu selten gespielt. Erste Frage. Kunst und Kultur. Wie heißt denn das Kabarett-Theater in Berlin, das 1960 von Dieter Hallervorden gegründet wurde? Die Wühlmäuse, die Hornochsen, die Klauenfische oder die Wehrenbrüder? Na komm. Das ist geschenkt. Ich weiß es. Ja, ist ein Geschenk. Hau drauf. Gut. Ja. Natürlich. Die Wühlmäuse, da genommen, hier genommen, ist die richtige Antwort. Großartig. Stimmt. Kunst und Kultur. Zweite Frage. Welches berühmte Gemälde ist 27 Quadratmeter groß? Van Goghs Sternnacht, Klimt, der Kuss, Picassos, Gernica oder Rembrandts, die Nachtwache? 27 Quadratmeter. Also wenn was fünf mal fünf Meter ist, dann heißt es 25 Quadratmeter. Ja. Also fünf mal fünf Meter ist ganz schön groß. Wenn ich mir Van Gogh vorstelle und ich kenne einige seiner Bilder im Original auch aus Amsterdam und so. Ich habe natürlich zehn Stück auch zu Hause hängen davon. Ne, dann würde ich sagen, ich kenne kein Bild von Van Gogh, das so groß ist. Ich kenne keins. Klimts Kuss ist auch nicht so groß. Wir sind uns nicht sicher, ob das die Nachtwache oder Gernica ist. Rembrandts Nachtwache ist nicht so klein. Auf jeden Fall können wir schon mal sagen, es ist eins von den beiden. Bei so Großformaten, die könnten gut zu Picasso passen. Große. Aber auch zu Rembrandt, oder? Große Bilder an der Wand. Jetzt haben wir es wieder. Rembrandt ist in der Zeit hoch. Das ist schon wieder soweit. Jetzt bist du aber wieder dran. Jetzt sehen wir wieder, was du sagst. Nimm mal die Bilder, die du kennst von Rembrandt, die sind alle nicht so groß. Du hast mich überzeugt? Wir tippen auf Picasso. Mit Nichtwissen überzeugen. Das kann mein Schauspieler. Gut, dann lock's ein. Talentierter Schauspieler natürlich. Picasso, denn jetzt wird es deshalb spannend, weil Eckart hat die Nachtwache genommen. Ja, also nach 30 Sekunden hätte ich mich auch für Gernika entschieden. Ich hab mal kurz nachgerechnet. Dieses Picasso-Gemälde hing ja in der UNO, ne? Ja. Zwischenzeitlich. Und ist riesig. Das wären 3x9 Meter. Nee, ist die Nachtwache nicht. Ich hab die Nachtwache genommen und hätte mich hinterher korrigiert. Ja. Die Nachtwache, auch sehr groß, ist das zweitgrößte Bild derer, die hier hängen. 16 Quadratmeter immerhin. Ja, wirklich? Ja. Aber es ist das Gemälde, was mittlerweile in Madrid hängt. Und das ist Picasso. Jawohl. 3,50 Meter mal 7,70 Meter ungefähr. Jawohl. Also, das heißt, ihr führt mit einem Punkt. 7 zu 6. Und wir spielen die letzte Frage. Kunst und Kultur. Wo treffen in Shakespeare's ein Sommernachtstraum die Adligen, die Handwerker und die Elfen aufeinander? Am Königshof von Dänemark, auf einem Balkon in Verona, im Wald von Athen oder in den Straßen von Venedig? Los gibt's einen. Also, Shakespeare, Dänemark, das ist ein Hamlet auf einem Balkon in Verona, ist Romeo und Julia, Straßen von Venedig. Es ist in einem Wald, in einem Wald vor Athen. Da treffen sich die Handwerker und üben dieses Spiel. Und dabei werden sie von Elfen quasi bezaubert, bezirzt. Gut, dann im Wald vor Athen. Eckart hat auch lange überlegt, ist alles durchgegangen, kam auch noch kurz Venedig. Hotel, aber Kaufmann von Venedig kann's nicht sein. Ich mein, es war der Herzog von Athen, der das veranstaltet hat. Und die ganze Geschichte geht so, dass die Handwerker ein Stück aufhören sollen aus Ovid, Metamorphosen, Pyramus und Tispe. Also, Kunst und Kultur ist ja noch nicht ausgestorben. Gibt's dann noch eine moderne Kunst- und Kulturfrage oder sind die alle nur so außer... Wir haben ja nur drei Fragen und das ist die dritte Frage und auch die habt ihr richtig geantwortet. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Also, das wurde auch 1960 alles geschrieben, als wir angefangen haben. Also, er steht 8 zu 7. Ihr sucht die Kategorie aus, mit der es weitergeht. Zeugen der Zeit, Bücher und Wörter und aus dem Leben. Finde ich super. Also, Zeugen der Zeit, glaube ich, haben wir vielleicht nicht so gute Chancen. Weil ich denke, da ist Eckart sehr stark. Bücher und Wörter, glaube ich, auch. Und ich glaube, aus dem Leben haben wir vielleicht die eine oder andere Chance, dass wir eine Frage erwischen, wo wir zufällig die Antwort wissen und vielleicht zufällig der Gegner nicht. Gut. Also, aus dem Leben. Ja, das ist meine Haute-Kategorie. Jetzt kommen die Waschmaschinenfragen. Genau, die Waschmaschinenfragen. Was hilft nämlich dem Angler bei der Raubfischjagd? Die Felge, die Hupe, der Scheinwerfer oder der Blinker? Das wissen Sie natürlich. Also, ich bin ja wirklich Angler. Ich angel leidenschaftlich gern. Er hat die Felge, die Hupe und den Scheinwerfer nicht eingegeben, sondern sich hundertprozentig für den Blinker entschieden. Was wir auch tun. Hast du auch genommen. Sehr gut. Und jetzt? Also, das ist richtig so mit Angelschein und richtig offiziell? Ja. Super. Also, macht mir wirklich großen Spaß. Weil, also, Angeln ist ja nicht nur einen Fisch aus dem Wasser holen und den dann später essen. Was übrigens sehr, sehr toll schmeckt, ein frischer Fisch. Sondern es ist ja auch Ruhe und es ist auch diesen Fisch so ein bisschen jagen und so. Das ist schon spannend. Aber es gehört ja auch dazu, dass man dann, wenn er raus ist, sagen muss... Also, ich angle lieber einen Fisch, als dass ich eine Großfischerei unterstütze, die, um einen Fisch rauszuholen, sehr, sehr viel kaputt macht und einen Ozean voller Diesel hinterlässt. Also, ich finde es auf jeden Fall für die Natur die gesündere Art, einen Fisch zu essen. Absolut. Gut. Der Blinker ist richtig. Hast du auch genommen. Kannst du auch angeln, Eckart? Nein, ich habe Mitleid mit dem Fisch. Zweite Frage. Ich würde die wieder reinwerfen und dann brauche ich sie auch nicht zu angeln. Ja. Eine sogenannte Tülle benutzt man in der Regel wozu? Um eine Stuhllehne zu dekorieren, Wasser aus der Kanne zu gießen, Regenschirme aufzuspannen oder einen Mob auszuwringen? Also, Stuhllehne zu dekorieren heißt das nicht Husse? Husse? Ist die Husse? Wie nennt man das? Ja. Regenschirme aufzuspannen macht man... Mit der Hand eigentlich. Mit der Hand und dem Regenschirm einen Mob auszuwringen. Ja, das ist auch Quatsch. Ich weiß gar nicht, was ein Mob ist. Nur natürlich die Tülle, die die Kanne hat. Okay, dann nimmt das, was... Du? Ja. Wasser aus der Kanne zu gießen. Reust du? Gut. Das hat Egger auch sofort. Ich war ja Professor in Wuppertal und da gibt es diesen schönen Brauch, die Bergische Dröppelminar. Ja, die Dröppelminar. Das ist eine Kaffeekanne, die also, ich meine die würde mit Tülle benutzt und daher, klar nicht, Dröppelminar, Tülle, kann nur Kaffeekanne. Tülle oder auch, folgst du manchmal, Schnabel genannt, das ist das, wo das dann rausläuft. Das stimmt. Jawohl, richtig. Und eine Frage haben wir noch aus dem Leben, die da lautet. Was gilt als zuverlässiges Hilfsmittel bei der Reinigung einer Jeanshose, auf der sich Schmieröl einer Fahrradkette befindet? Gänse, Schmalz, Olivenöl, Kokosfett oder Butter? Oh. So, jetzt, das ist das Leben, da hört es bei Eckart auf. Ja, es ist natürlich, erstmal wirkt es komisch, dass man sagt, man hat Schmiere, einen Schmierfleck in seiner Hose und soll da noch Fett drauf machen. Alles sind ja fettige Dinge, aber bei mir hat es, in meiner Kindheit hatte ich viele Flecken und was da drauf geschmiert wurde, war einfach immer Butter. Yes. Meine Oma hat immer Butter genommen und hat gesagt, das ist gar kein Problem, Schmiere von der Fahrradkette, komm, mach mal schön Butter drauf. Das hat mich als Kind so beeindruckt, wie man einen Fleck in meinem Kopf verschlimmert, hat man ihn noch verschlimmert. Und dann passiert er weg. Aber es hat sich gelöst und mit der Butter hat das super funktioniert und der Fleck war raus. Okay, dann Butter einloggen? Ja. Ja, verstanden. Ja, da kommt es auch her, alles in Butter wahrscheinlich, ne? Also die Buttersäure löst das Kettenöl, ja, und deshalb funktioniert das wunderbar. Hast du mich auch gewusst? Also es war doch eine super Kategorie. Ich finde auch, aus dem Leben läuft. Eckart, du bist auf den Boden angekommen. Das nützen alle Geistesgaben, Schwein muss man haben. Okay, das heißt, ich habe nur noch Trosten vor der Brust. Ihr führt noch mit einem Punkt, 11 zu 10. Übrigens alles in Butter, da habe ich mal gelesen, das kommt woanders her. Die haben irgendetwas besonders Zerbrechliches, ich weiß aber nicht mehr, was es war, in Kisten eingelagert und damit das nicht kaputt geht, haben sie Butter reingegossen. Und dann war das wie fest. Wie fest? Und konnte nicht hin und her holten. Da kommt meiner Meinung nach der Ausdruck alles in Butter her. Wir werden das recherchieren. Das war aber eine Butterwaschwendung. Das war die nächste Frage. Falls das noch Flecken wegmachen mit der Butter. Kann man auch. Also geht alles. Für Zweiteil. Und dann kann man sie noch essen. Super. Wahnsinn. Thorsten, was hättest du denn gerne? Boah. Wollen wir mal gucken? Glaube und Religion, die 80er. Du nimmst entweder die 80er oder rund um die Welt. Er nimmt rund um die Welt. Nein. Ne, die 80er. Die 80er. Oh nein. Leggings. Fiese Zeit. Ja, die 80er, wer sich daran erinnern kann, war nicht dabei. Geht immer. Geht auf jedes Jahrzehnt. Für jedes. Also, zu welchem Stück tanzte das Eislaufpaar Jane Towel und Christopher Dean seine legendäre Kür bei den Olympischen Winterspiele 1984? Das ist reiser natürlich. War es Orfs Camina Burana, Tchaikovsky Schwansee, Beethovens für Elise oder Ravels Bolero? Ich glaube, ich kann mich sogar noch an das Kostüm erinnern. Aber ich weiß es nicht. Aber meine Oma hat tatsächlich immer Eiskunstlaufen geguckt. Und ich habe viel Zeit bei meiner Oma verbracht. Sie hatte nämlich einen Bauernhof. Und ich... Bam dadadadam. Ja, ich würde auch sagen, das war der Bolero. Oder was kann... Bam 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 bam. Bam bam bam. Aber wie soll man dazu fahren? Balladpoilälen war es auf jeden Fall nicht. Oder war es das? Ich glaube, das ist eins von beiden. Nein, das war der Bolero. Also ich meine sogar, dass sie noch so ein spanisches Kostüm anhatte. Und da kann ich mich eigentlich noch dran erinnern. Aber... Dank meiner Oma. Carmina Burana klingt auch spanisch. Wollen wir geben das jetzt ein, ja? Darf ich das eingeben? Ja. So, hast du auch genommen? Ja, also eiskunstlauftechnisch waren das ja großartige olympische Spiele. Zum einen durch Kathi Witt, die da ja das erste Mal so richtig... Weißt du da auch noch die Musik? Deshalb haben wir das nämlich auch geguckt. Wegen unserer Kathi. Weißt du da auch noch die Musik? Das mit Carmen, das war dann vier Jahre später, 88. Also 84? Also 84? Das ist eigentlich... Und dann hier die beiden natürlich. Das gilt ja immer noch eine Benchmark in der Sporthistorie dieser Tanz von... Höchstmögliche Wertung 6,0. Ja. Der Bolero von Ravell. Danach glaube ich Ravell. Der Bolero von Ravell, sagte meine Oma immer. Hat sie gesagt? Der Bolero von Ravell. Der Bolero von Ravell. Der Bolero von Ravell. Ja, genau. Also der Bolero von Ravell genommen ist richtig. Jawohl. Olympische Wittnerspiele 84 in? Das war es natürlich auch noch. In Sarajevo. Sarajevo. Wie war die Hymne noch? Die Hymne? Ja, Fortsetzung. Conan der Anführer, Zerstörer, Jäger oder Verführer? Ja, also... Conan der Zerstörer? Conan der Anführer. Was soll das für ein Filmtitel sein? Nein, es passt ja auch gar nicht zu ihm. Die Faust von Schwarzenegger hat alles kaputt gemacht. Conan der Zerstörer. Conan der Jäger. Conan der Jäger. Ja, der Verführer. Also ein Verführer ist es auf gar keinen Fall. Hey, hey, hey. Pass auf, was du sagst. Das wird gesendet. Ja. Arnie ist ein sehr charmanter Film. Arnie. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber er hat ja wirklich große, erfolgreiche Filme gemacht und ich habe meinen allergrößten Respekt für Arnold Schwarzenegger, aber er ist kein Verführer. Zerstörer. Zerstörer? Gut. Wollen wir das eingeben? Conan der Verführer steht in der Abteilung ab 18. Was hast du? Du hast auch. Ich habe das auch genommen, ja. Hast du es geguckt damals? Äh, nie. Konnte mich nie ganz zum Film durchdringen, aber habe ich es letztens mitbekommen, diese Figur Conan. Das war so ein bisschen die Blaupause für die He-Man-Figur. Also der Zerstörer ist richtig. Das stimmt, jawohl. Die 80er. Ihr führt immer noch einen Punkt. Letzte Frage aus den 80ern lautet, was führte 1989 dazu, dass der komplette Stadtrat von Venedig zurücktreten musste? Eröffnung einer Bürgerbude, Staatsbesuch von Helmut Kohl, Einführung einer Gondelsteuer oder Aufführung eines Rockkonzertes. Dem muss man sich nähern. Ich sag mal, wie es ist. Der Thorsten hat komplett versagt bei dieser Frage. Er hat sich die falsche Antwort ausgesucht. Aber es ist kein Wunder, weil das sind so Fragen, man denkt an was Großes. Warum muss ein ganzer Stadtrat zurücktreten? Da würde man ja denken, das muss ja richtig was Großes gewesen sein. Und da passt jetzt nichts so richtig dazu, außer der Staatsbesuch. Aber warum muss wegen dem Staatsbesuch ein ganzer Stadtrat zurücktreten? Also von einem Rockkonzert, von einem großen Rockkonzert in Venedig habe ich noch nicht gehört. Wahrscheinlich wird es so eine gemeine Frage sein, wie die Eröffnung einer Bürgerbude oder so. Wegen der Aufführung eines Rockkonzerts, da müsste ja dann was passiert sein. Und da würde auch der ganze Stadtrat nicht zurücktreten, wenn ein Rockkonzert stattfindet. Nehmen wir mal an, ein Rockkonzert passiert und dann geht vielleicht was schief oder es gibt irgendein Desaster passiert oder sowas. Tritt doch nicht der ganze Stadtrat zurück. Also Gondelsteuer ist natürlich auch interessant. Ich weiß nicht, ob die Steuern zahlen müssen, aber die Italiener würden sich sicherlich aufregen. So teuer wie das Gondelfahren in Geneden ist, könnte eine Steuer draufliegen. Werden würde, weil die Steuer umgelegt wird auf die Eintrittspreise und dann keiner mit zur Arbeit fangen kann, weil keiner zu viel Geld verdient. Einfach in einer Gondelsteuer. Also ich würde sagen, Helmut Kohls Besuch und das Rockkonzert können wir doch ausschließen, oder? Du guckst so, du zählst gleich runter, ne? So zehn, neun, acht. Ich möchte euch einmal unter Druck sehen. Zehn Sekunden ab jetzt. Ach, pfff. Dönerbude, das müsste so eine blöde, korrupte Sache sein. Ihr habt noch fünf Sekunden, ihr müsst einloggen. Burgerbude oder Gondelsteuer. Drei, zwei, eins, jetzt. Burgerbude oder Gondelsteuer. Burgerbude oder Gondelsteuer. Burgerbude. Ich habe Burgerbude gesagt. So, Einführung einer Gondelsteuer. Ja. Ich habe mal schon gesagt, dass Thorsten falsch getippt hat. Er hat es auch genommen. War die Burgerbude wahr? Nee. Was ganz anderes. Ich habe noch Konzert. Es war unglaublich. Es war ein wirklich für Venedig Skandal. Pink Floyd. Was? Die haben auf so einer schwimmenden Bühne und die haben gesagt, machen wir mal ein nettes Konzert. Aber es kamen, wie erwartend, über 200.000 Menschen zu dem Konzert. Es gab Krach, es gab Müll, es gab Chaos. Es war wirklich, Venedig war Ausnahmezustand. Und danach musste der gesamte Stadtrat zurücktreten, weil es völlig falsch eingeschätzt war von denen. Aber Italien. Es ist laut. Es liegt Müll rum. Das ist doch kein Grund zurückzutreten. Das haben wir doch schon öfter mal erlebt. Gondelsteuer. Also nichts gegen Italien. Habe ich auch gedacht. Aber da waren wir zu logisch. Gut. Also das heißt 13 zu 12. Es führt immer noch mit einem Punkt. Und wählt jetzt die Kategorie. die als die letzten drei Fragen bestimmt. Und diese Kategorien, die ich hätte, lauten Medien und Unterhaltung, Musik und Hits und Naturereignisse. Medien und Unterhaltung ist doch so Klatsch und Tratsch und so Zeug. Ja, komm, das machen wir. Egal. Okay. Medien und Unterhaltung. Du hättest Musik und Hits genommen, ne? Ne, wahrscheinlich hätte ich die Naturereignisse genommen. Hatten wir selten. Aber ich hatte jetzt auch Zeit in der Corona-Zeit ein bisschen. Hoffentlich habe ich den richtigen Klatsch gesehen. Ja. Wir schauen mal, was da los ist. Wir haben keinen Klatsch gesehen. Wie Soyeon Kim, Ehefrau des Altkanzlers Gerhard Schröder im Sommer 2019 in einem Interview verriet, kann ihr Mann Glasnudeln mit Stäbchen essen, Gangnam Style tanzen, Taekwondo anwenden oder auf koreanisch Bier bestellen? Ich glaube, das wird alles zutreffen auf Gerhard Schröder. Das ist alles bescheuert. Ich würde sowas nie von dir sagen. Also Taekwondo anwenden schließe ich aus. Also, gib mir mal eine Flasche Bier. Bring mir mal eine Flasche Bier. Wer war das? Das war Stefan Raab, oder? Mit der Flasche Bier hier. Also Schröder hat es gesagt und dann wurde von Stefan Raab ein Hit raus. Ich glaube, dass der Gerhard Schröder ein Bier auf koreanisch bestellen kann. Ich glaube das. Ich glaube auch, dass er Glasnudeln mit Stäbchen essen kann. Gangnam Style kann ich mir auch vorstellen, aber wer will das sehen? Glasnudeln mit Stäbchen essen? Das könnte man sich auch vorstellen, wenn sie ihn loben möchte, dass er jetzt ja schon so gut mit Stäbchen essen kann, dass er Glasnudeln mit Stäbchen essen kann. Der Kleine, Gerhard. Was? Das würdest du auswählen? Ne, also auf koreanisch Bier bestellen. Würdest du auswählen? Also kann jemand denn jetzt mittlerweile fließend koreanisch? Ja, er kann auf koreanisch ein Bier bestellen. Kommt mir schon sehr logisch. Fließend. Fließend kann er da. Fließend steht hier nicht. Ne, nein. Okay. Sollen wir es nehmen? Gut. Ja. So, das hat Thorsten auch genommen. Ich habe mich genauso über die Idee genähert. Wie könnte denn so eine Interviewfrage lauten? Ja, Mensch, wie ist denn mit ihrem Deutsch und wie spricht der Mann jetzt koreanisch? Und dann kommt die Anekdote, ja, er kann ein Bier bestellen. Ja, aber ich habe gehört, die sind ein bisschen crazy und deshalb hätte ich mir eben auch diese Antwort mit den Glasnudeln und Stäbchen vorstellen können. Hol mir mal eine Flasche Bier, sonst streike ich hier, sagte er damals. Daraus wurde ein Riesenhit und das soll er angeblich auch fließend auf koreanisch bestellen können. Das ist richtig. Jawoll. Punkt. Super. Vorletzte Frage, Medienunterhaltung. Was wurde bei der ersten offiziellen Eurovisions-Sendung gezeigt, die am 6. Juni 1954 übertragen wurde? Eine Zirkusgala in München, Narzissenfest in Montreux, Papstmesse in Wien oder der Autosalon in Genf? Das ist stark. Das ist Wahnsinn. Das ist stark. 54 liegt jetzt auch schon ganz schön weit zurück. War ja quasi gestern. Okay, also 54, die große Zirkusgala in München, das könnte ich mir vorstellen im Roncalli. Da könnte ich mir, da gab es doch auch diese, da gab es doch auch noch immer dann später noch, wo Prominente dann in Zirkus, so kleine Tricks gemacht haben und so. Und das könnte zu diesen 50er Jahren, so alles so ein bisschen behäbig und so ein bisschen, da könnte das gut passen. Und da hat dann, glaube ich, Uschi Glas, hat mal so ein Pferd durch die Manege geführt und so. Was ist denn das Narzissenfest? Oder einen weißen Hirschen. Wissen Sie, was das Narzissenfest ist? Ja, das sind Blumen. In Montreux gibt es wahrscheinlich ein großes Narzissenfest. Also ich habe noch nicht, ich weiß gar nicht, was das ist, das Narzissenfest, Autosalon in Genf. Warum sollte das 54, als der Fernseher noch so heilig, ein Heiligtum in den Wohnzimmern, warum, warum sollte man da ein Autosalon in Genf, gab es da irgendwas besonderes um die Autoindustrie 54? Das müsste man mal überlegen, was war da? Das war die erste Abwrackprämie wahrscheinlich. Ist doch langweilig. Das muss was aus dem Unterhaltungsbereich sein. Wenn du sowas startest, Eurovision, dann willst du doch nicht ein Autosalon. Ja, und hier haben wir einen Achtzylinder und hier so eine Zwölfzylinder. Oh, dieser Motor, da schaltet doch die Hälfte ab. Das guckt sich doch keiner an. Zirkus. Ist doch nichts für Frauen. Autosalon. Also ich glaube ja auch irgendwas entertainmäßiges eher. Aber eine Papstmesse in Wien? Gab es eine Papstmesse in Wien 54? Wahrscheinlich ist es echt bescheuert und so ein Blumenfest oder so. So ZDF-Fernsehgarten mäßig so ein bisschen. Also warum Autosalon? Zehn Sekunden ab jetzt! Ich will nicht, dass das kommt! Das ist fies! Mach du, mach du. Nee, mach du. Noch fünf, drei, zwei, eins. Zirkusgala in München? Du hast das Narzissenfest in Montreux genommen. Warum? Einmal mal so eine Überlegung, es muss was Banales sein, was einfach nirgends aneckt. Was jedem irgendwie gefallen kann. Schöne Blumen, ja, hier schön Stimmung, Urlaubsbilder, kann sein. Und auch diese ganzen, der erste ESC damals, zwei Jahre später, der kam aus der Schweiz. Ich hab mir gedacht, dass die Schweiz vielleicht auch ein bisschen so Vorreiter war. Für diese ganzen seichten Sendungen, die dann in ganz Europa verbreitet wurden. Das Ganze lief wirklich eine Stunde von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Zudem noch 1954 in Schwarz-Weiß. Auch das noch. Dann war es doch nicht dieser Autosalon, diese Formaldeite. In Schwarz-Weiß guckten sich damals im Zuge des Programmaustauschs zum ersten Mal die Menschen, die Narzissen in Montreux an. Wirklich? Die erste Eurovision-Sendung. Narzissenfest in Montreux. Verdammt. Ja. Letzte Frage, Punkt Gleichstand. Das ist schön. Wen nahm Hollywoodstag? Gwyneth Paltrow 2018 in die Flitterwochen mit ihrem zweiten Ehemann, Brad Falchuk mit. Ihren indischen Guru, ihren Ex-Mann Chris Martin, ihre Paartherapeutin oder ihre Kollegin Drew Barrymore. Hat Gwyneth Paltrow einen indischen Guru? Bestimmt. Die macht ja so Yoga und die ist ja eine mega Geschäftsfrau geworden. Das heißt, sie hat so ein Label gegründet, was unglaublich erfolgreich ist. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass sie auch irgendwann mal einen indischen Guru hatte oder hat. Aber sie ist befreundet tatsächlich mit Drew Barrymore. Ich glaube, sie macht auch viel so Sexualtherapie-Praktiken und so. Partnertherapeut kann ich mir auch vorstellen. Alles gut. Dann hat sie Kinder mit Chris Martin. Und die Kinder haben gesagt, wir fahren mit in die Flitterwochen, aber nur wenn der Papa mitkommt. Das ist ja auch wieder ein gutes Verhältnis und ich weiß aber nicht, ob das, ich glaube, die hat den ja auch nicht sofort geheiratet. Ich kann mir auch vorstellen, dass Chris Martin quasi mit war, weil die versuchen, ein tolles Patchwork-Familienleben zu kreieren. Also es ist echt schwierig. Es ist alles möglich, glaube ich. Anna hat gesagt, die hat alles mitgenommen. Ja. Also ein Guru in den Flitterwochen, das würde vielleicht Sinn machen, weil man sagt, ich kann nicht immer nur mit meinem neuen Ehemann. Ich muss auch mal spirituell irgendwie abtauchen können. Also ich glaube, den Ex-Mann. Die Paartherapeutin könnte auch eine Freundin sein. Ich glaube, der Chris Martin war bestimmt mit und die haben so alle, hey, wir sind eine total coole Familie, damit die Firma noch viel mehr Produkte verkauft und damit das alles noch mehr flutscht. Chris Martin ist der Sänger von Coldplay. Das ist eine Band, die steht für positives Denken. Und ich glaube, der war mit. Also zehn Sekunden und ihr macht es richtig diesmal. Ich weiß es. Chris Martin. Du machst es. So, Chris Martin hast du auch genommen. Genau. Die beiden, Gwyneth Paltrow und Chris Martin, waren ja bekannt dafür, dass sie diese Idee des conscious uncoupling, das bewusste Entpaaren, sehr nachhaltig, ohne dem anderen weh zu tun, in die Öffentlichkeit getragen haben. Das kann ich mir vorstellen, dass das in dem Zusammenhang dann auch passiert ist. Bewusstes Entpaaren. Also das bewusste Entpaaren kenne ich. Oh mein Gott, das klingt so doof. Wenn es dann auch immer noch so klappen soll, wie es dann verkauft wird. Unglaublich. Aber das ist richtig. Ihr habt es richtig gemacht. Dort oben ist es richtig gemacht worden. 15 zu 15. Das heißt im Finale. Punkt Gleichstand. Sehr spannend. Wahnsinn. Ihr dürft anfangen im Finale. Wer möchte entscheiden oder entscheidet in der Gemeinschaft ob ich Gold oder Silber? Gold. Also es geht ja hier um einen Sieg, oder? Ja. Dann würde ich sagen Gold. Gut. Ist das falsch? Was ist in dem Silbernen? Das sind auch Fragen. Ich hätte Silber gewählt. Gut. Wenn dann nachher die Silbernen Fragen leichter waren, dann kann man immer sagen, ich hätte ja also... Ganz kurz zu entsprechen. Wer ist denn jetzt der Sprecher von euch? Wer hat denn das entschieden? Gut. Du darfst nur eine Antwort geben und die muss hoffentlich richtig sein. Korrigieren geht nicht. Okay. Die steht hier nicht. Die sagst du. Okay. Die sag ich. Deshalb versuche ich deutlich zu sprechen. Das Logo der Anti-Atomkraft-Bewegung ziert seit den 70ern der Spruch Atomkraft? Nein. Nein, danke. Korrekt. In welchem Fluss liegt der Legende nach, der Schatz der Nibelungen versenkt? Im Rhein. Jawohl. Rein. Debbie Harry wurde berühmt als Sängerin welcher erfolgreichen New Wave Band? Debbie Harry. Come on. Entschuldigung. Fünf Sekunden. Zack. Blondie. Blondie. Oh Gott. Oh nein, nein, nein. Frage vier. Die Region Elsass liegt im Nordosten welches Landes? Das ist Elsass, in Frankreich. Jawohl, Frankreich. Boah, boah, boah. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe jetzt schon einen Vollmond unter den Achseln hier. Das ist wahnsinnig. Frage fünf. Die populäre DDR-Entertainerin Helga Hahnemann bekam welchen tierischen Spitznamen? Henne. Henne. Jawohl, richtig. Oh. 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 Wie viele Konsonanten hat das Wort Liebe? Äh, zwei. Jawohl, richtig. Frage sieben. Aus welchem Land stammt der zweimalige Formel-1-Weltmeister Mika Häkkinen? Finnland. Das ist richtig. Ja. Jawohl. Welchen geistlichen Titel trägt der buddhistische Mönch Tenzin Gyatso? Buddha? 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 Dalai Lama? Richtig, Dalai Lama. Stimmt. Sehr gut, Danny. Ja. Mit welchem Bond-Darsteller war Heike Makatsch bis 2004 liiert? Daniel Craig. Das ist auch richtig. Es kommt eine Entweder-Oder-Frage. Okay. Süß- oder Sauer-Kirsche? Wozu zählt die Sorte Amarelle? Ich würde sagen eine Süß-Kirsche. Leider eine Sauer-Kirsche. Okay. Koste ich auch nicht. Jetzt. Mathe-Leistungskurs. Oh, hier. Jetzt ist schon eine Weile her. Bei den Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks spricht man von zwei Katheten und einer ... Gegenkathete. Achso, das wäre die zweite Kathete. Ja. Kathete, Gegenkathete und ... Ist vorbei. Ist schon eine Weile her. Hypotenose. Hypotenose, die lange, die längste. Okay. Frage 12. Ja, ja, ja. Welches Mittelgebirge erstreckt sich entlang der Grenze zwischen Sachsen und Tschechien? Ähm, der Grenze. Elbsandsteingebirge gibt es und hier die Tatra. Erzgebirge. Erzgebirge. Das Erzgebirge. Das Erzgebirge. Ach, da unten. Ja, ja, ja. Frage 13. Ja, Geografie. Okay. Welcher Country-Sänger gab in den 1960ern legendäre Konzerte in den Gefängnissen von St. Quinten und Folsom. Johnny Cash. Jawohl, Johnny Cash. Letzte, nee, vorletzte. Welche Farbe haben hierzulande die Roben der Richter am Bundesverfassungsgericht? Rot. Das ist richtig. Rot. Rot. Und letzte Frage. Als was fliegt die kleine Raupe Nimmersatt am Ende der Geschichte davon? Schmetterling. Schmetterling. Ja, super. Guck mal. Elf von 15. Oh, Blondie. Und Blondie auch schwach. So. Wer wird es? Wir haben wieder Fernsehen der 80er. Ja. Das ist gut. Also wer wird es da oben? Torsten. Torsten wird es. Okay, schafft es Torsten oder haben wir wieder Fragen dabei? Wir werden es sehen. Bis gleich. So, wir reden hier noch über Blondie und ähnliche Themen und ja sind wir im Finale. Torsten ist dran. Jetzt kommt der silberne Umschlag, den Anna eigentlich wollte. Mal gucken, wie die Fragen sind. Erste Frage. 1971 in Frankreich gegründet wurde die Hilfsorganisation Ärzte ohne? Grenzen. Richtig. Frage 2. Sechsmal deutscher Meister in der Fußball-Bundesliga der Frauen wurde der erste FFC Turbine? Potsdam. Stimmt. Unter welchem Vornamen, Frage 3, ist die deutsche Tanzchoreografin Bausch bekannt? Pina. Richtig. Frage 4. In welcher österreichischen Stadt residiert der Bürgermeister im Schloss Mirabell? In Wien. Nein, in Salzburg. Ah. So, wie oft kommt der Buchstabe, Frage 5a, im Wort Europaparlament vor? Dreimal. Schade. Das ist richtig. Das ist richtig. Das sind gemein, die Fragen. Wie ist das? Frage 6. Welche lilafarbene Pflanze prägt traditionell das Landschaftsbild der französischen Provence? Lavendel. Lavendel stimmt. Frage 7. Wie nennt man eine Gruppe wild lebender Wölfe? Das ist ein Rudel. Wie ihr da oben eigentlich, im Olymp. Oh, richtig. Ein Rudel. Die einen sind wild, die anderen leben. Frage 8. Winter- oder Sommersonnenwende, wann erreicht die Sonne auf der Nordhalbkugel ihren höchsten Stand? Zur Sommersonnenwende. Wie hast du denn da so lange überlegt? Was war denn da los? Das ist genau diese Geschichte mit der Sauerkirsche oder der Frage. Entweder oder. Nochmal kurz nachdenken. Frage 9. Ricardo Tubbs und Sonny Crockett ermittelten in welcher Kultserie der 1980er Jahre? Das ist Miami Vice. Er weiß alles. Er weiß einfach alles. Er weiß einfach alles. Das ist frustrierend. Frage 10. Aber auch beeindruckend. Welches Grand Slam Turnier gewann Boris Becker im Alter von 17 Jahren zum ersten Mal? Das in Wimbledon. Die All England Championships. Danach habe ich jetzt gar nicht gefragt. Wimbledon hätten mir völlig gereicht. Frage 11. In welchem Land liegt die Stadt Suez, die dem Suezkanal den Namen gibt? Die liegt in Ägypten. Schreibst du es mit S oder mit Z Suez? Ich würde es mit Z schreiben. Beides ist erlaubt. Aber am Anfang mit S. Ja. Auf jeden Fall vorne ist S. Ich versuche alles, um ihn zu irritieren, aber es ist echt schwer. Frage 12. Unter welchem Spitznamen ist der Pudi-Sänger Dieter Bier bekannt? Das weiß ich, das weiß ich. Didi. Könnten wir jetzt noch einen Zusatzpunkt oder sowas machen? Hättet ihr mal den Silber im Umschlag genommen? Hab ich doch gesagt. Da war auch einiges dabei, das hätte ich nicht gewusst. Also die, ihr könnt ja sagen, ihr wisst es ja. Ja, Maschine. Maschine. Das war mir nicht bekannt. Maschine. Bidi weiß ein Verlegenheitsrat. Aber war auch gut. Du hast noch drei Fragen. Wenn du eine machst, ist Punkt Gleichstand. Bei zwei hättest du gewonnen. Mit welchen drei Buchstaben wird die Industrie- und Handelskammer abgekürzt? IHK. Darf ich mir jetzt von den letzten Fragen irgendeine aussuchen oder muss ich chronologisch? Ich glaube, da kommt der Notar dann. Genau. Aber ich sehe die nächste Frage. Beantwortest du die nächste Frage richtig? Hat der Olymp gewonnen? Von welchem deutschen Regisseur stammen die Kinoerfolge Stonk und Rossini? Helmut Dietl. Oh, du hast gewonnen. Jawohl. 12 zu 11. Wenn ich mich für jemanden jetzt freue, natürlich immer schön, wenn ihr gewinnt. Aber die App mit Spieler. Zehnmal 1.000 Euro. Die Gewinner sind eingeblendet. Es war mir aber eine große Freude mit euch. Wirklich. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wäre der Silber jetzt besser gewesen? Teilweise ja, teilweise nicht. Danke euch beiden. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Kommen Sie gut durch die Woche. Und bis nächsten Freitag. Danke. Tschüss. Danke.